Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Heute gibt's ein Workout mit dem Redondo Ball Plus. Und zuallererst nochmal vielen Dank für die vielen Daumen hoch. Freut mich natürlich so richtig und ich freue mich auch immer so richtig über jeden Kommentar von euch. Nimm den Ball erstmal vor dich, streck dich mal so richtig lang, schau mal, dass dein Gesäß hinter deinen Knien ist. Mach deinen Rücken mal ganz lang, spreiz deine Hände so richtig strecken und mit dem Ausatmen machst du dich nochmal rund. Und mit dem Einatmen nochmal lang, das Ganze jetzt auch mal nach rechts verschieben oder dann auch mal nach links. Einfach mal die Richtungen ausprobieren, die du dich gerne noch hinbewegen würdest. Richtig rund werden, Wirbelsäule mobilisieren. Noch einmal und dann richte dich langsam wieder auf. Einmal ziemlich nah an deinen Ball kommen, nimmst deine Knie obendrauf, schau, dass du wieder ein bisschen Platz zwischen deinen Knien hast. Richte dich auf und jetzt versuchst du mal die Balance zu finden. Zuerst mal Stabilität in deinen Rumpf bekommen und wenn du kannst, versuchst du ohne festhalten, jetzt mal deine Fußspitzen zu lösen. Wenn das nicht klappt, macht nichts, probiere es aus. Das ist wirklich gar nicht so leicht am Anfang, ich habe es schon ein bisschen öfters gemacht. Und spüre, wie dabei dein Beckenboden aktiv wird. Dein tiefer Bauchmuskel, der hier unser Korsett formt. Das ist eine super schöne Bauch- und Rückenübung. Und dann kommst du wieder nach vorne mit deinen Händen, nimmst deine Knie noch weiter zusammen und schiebst dich erstmal hier ganz rund nach vorne. Mach deinen Rücken rund und dann schieb deine Knie nochmal zurück. Nochmal rund werden und nochmal nach hinten schieben. Wenn du zurückschiebst, spüre gleich mal, wie stabil dein Rücken hinten ist. Genau, Hände unter deine Schultern. Gleich nochmal. Bleib jetzt hier hinten. Zieh dich raus aus deinen Schultern und jetzt versuchst du mal eine ganz kleine Twist-Bewegung mit dem Ball. Einmal nach rechts, einmal nach links. Und jetzt hol dir wirklich die stabile Mitte, deine Stabilität im Bauch und Rücken. Und der untere Rücken, der muss im Alltag richtig viel unseren Rumpf stabilisieren. Und da müssen wir wirklich gut stabil sein. Und dann kommst du langsam wieder zur Mitte zurück, streckst mal deine Beine jetzt aus und schiebst dich mal nach hinten auf deine Ellbogen. Denk jetzt dran, dass dein Körper mit aktiv bleibt. Hände auf den Boden, raus aus den Schultern und zieh dich noch einmal nach oben, deine Knie unter dein Becken. Nochmal zurück und lass dich noch einmal runter. Trizeps, Arme, Rumpfmuskulatur. Nochmal zurück. Lang werden, Bauch aktivieren und nochmal hochziehen. Schöne Übung, oder? Das ist eine meiner Lieblingsübungen mit dem Redondo Ball Plus. Ich hoffe, deine auch. Wichtig ist, dass die Mitte hier stabil ist. Letztes Mal und dann bleibst du hinten. Gut. Kommst ein bisschen weiter zurück. Und lass dich ruhig mal hier hängen. Nimm den Ball mit auf den Schoß. Ich rutsche ein bisschen nach vorne zu dir. Und lass deinen Rücken mal ganz, ganz locker hier drüber hängen. Entspann mal kurz deinen Rücken. Und dann kommst du langsam wieder zurück und richtest dich auf. Nimmst den Ball nochmal nach vorne und kommst jetzt mit deinem rechten Knie auf den Ball. Einmal deine Hände nochmal vorne abstützen. Rechte Fußspitze erst nochmal unten. Hände unter die Schultern. Und jetzt versuch ruhig mal, deine rechte Fußspitze abzuheben. Und dein linkes Bein. Balance. Und schieb dein linkes Bein nach oben. Und atme ein. Und zieh sie wieder ran. Ausatmen, schieben. Wenn es dir zu wackelig ist, lass die rechte Fußspitze zur Sicherheit ruhig auf dem Boden. Du kannst auch ein bisschen Luft rauslassen aus dem Ball, wenn er dir zu hoch ist. Und kannst ihn dann ganz einfach mit Strohhalm wieder aufpusten. Es gibt einen knackigen Po, aber auch eine stabile Mitte. Und jetzt bleib mal oben. Und mach ganz kleine Bewegungen. Kleine Pushes in Richtung Decke. Also da ist wirklich jeder Muskel beteiligt. Und noch einmal langsam und langsam tief und wieder hoch. Letzte Runde. Versprochen. Zwei. Drei. Rechtes Knie unter deinem Hüfte ist wichtig. Und jetzt bleib noch mal oben. Mach ganz kleine. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. 15 haben wir gemacht. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Und entspann dich. Locker mal aus. Auch deine Oberschenkel. Oder? Der Oberschenkel vorne. Genau. Und dein Po links hinten. Ausschütteln. Die letzte Seite. Einmal mit deinem linken Knie drauf. Schau, dass der Verschluss ein bisschen weiter unten ist. Nimm deine Hände erstmal wieder unter deine Schultern. Zieh dich raus aus den Schultern. Zur Sicherheit gerne die Fußspitze hinten unten lassen. Hebst du sie gleich in die Luft. So. Es gibt immer eine gute Seite, eine nicht ganz so gute Seite. Das ist die meine, nicht ganz so gute. Und jetzt schieb nach oben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und dann bleibst du nochmal oben. Fünfzehn. Fünfzehn. Vierzehn. Heizen. Zwölf. Elf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und nochmal langsam. Tief und hoch. Acht Stück. Ist das deine bessere Seite? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und noch einmal oben halten. Die letzten. Eins. Zwei. Drei. Bereiten. Gaby. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Und. Entspannen. Puh. Auslockern. Wenn da nicht der Rücken und der Bauch dabei ist. Ja, oder? Gut. Einmal zur Seite kommen. Die Handgelenke. Dürfen entspannen. Aber ganz wichtig, dass die kräftig genug sind für den Alltag. Also die müssen ruhig gekräftigt werden. Klemm in die zwischen deine Knie. Und jetzt gehst du mal auf die Seite und schaust, dass der Ellbogen unter deiner Schulter ist. Wirklich senkrecht runter. Deine Unterschenkel nach hinten. Bauch ist fest. Ganz den oberen Arm hier nach hinten nehmen. Und jetzt schieb mal den Ball zusammen. Ganz kleine, schnelle Bewegungen. Beckenboden aktivieren. Stabilität in der Mitte spüren. Genau. Richtig fest. Halte dann die feste Stabilität. Wenn du möchtest, streckst du das Bein. Und jetzt drehst du den oberen Ellbogen Richtung Hand. Und öffnest wieder. So, spür deine ganze seitliche Rumpfmuskulatur. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Gut. Noch zweimal. Sieben. Und ein letztes Mal. Acht. Halte hier. Streck dich nochmal so richtig lang. Und löse. Sehr gut. Eine Übung zwischendurch. Für einen noch schöneren Bauch. Für deine Bauchmuskulatur. Dazu setzt du dich einfach mal ran. An den Ball. Dein Po bleibt unten. Und jetzt kannst du dich mal so ein bisschen schon drüber dehnen. Spür, dass dein Bauch leicht vorgedehnt wird. Hände hinter den Kopf. Einatmen. Und mit dem Ausatmen ziehst du dich hier nach oben. Ich rutsche nur ein Stück vor. Nochmal einatmen. Leg dich drüber. Zieh dein Bauchnabel nach innen. Und komm nach oben. Und wenn du nicht zitterst, dann kann es gar nicht sein. Einatmen. Tief Bauchnabel nach innen. Und ausatmen. Für den Sixpack. Nochmal. Zittern. Und beim nächsten Mal versuchst du jetzt einmal dein rechtes Bein anzuheben. Linke Hand zum rechten Fuß. Zurück ein. Und ausatmen. Und einatmen. Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Gut. So kann man wirklich sehr, sehr effektiv seinen geraden Bauchmuskel trainieren. Aus der Vordehnung. Und dann nach oben kommen. Letztes Mal. Und noch einmal für den geraden zur Mitte. Hochkommen. Halten. Spannung im Bauch. Und Arme nach vorne. Zieh dich nach oben. Und entspann dich. Den Ball nach vorne holen. Und kurz mal entspannen. Die letzte Seite. Einmal hochkommen. Ball zwischen deine Knie klemmen. Jetzt dreh dich zur anderen Seite. Nicht, dass du nochmal die gleiche machst. Unterschenkel zurück. Ellbogen unter der Schulter. Hand hinter den Kopf. Bauchnabel sanft nach innen. Und erstmal ganz kleine, schnelle Druckbewegung. Geht. Spür deinen Beckenboden. Und spür die Stabilität in der Mitte. Und jetzt halte die Spannung. Möchtest, streckst du dein oberes Bein. Und drehst deinen Ellbogen einmal nach unten. Einmal. Bleib hier stabil. Zweimal. Öffnen. Drei. Gut. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Geht noch. Letztes Mal. Und bleib hier. Mach dich nochmal ganz lang. Streck dich raus. Und löse. Vielleicht hast du auch hier gemerkt, dass man immer zwei unterschiedliche Seiten hat. Eine Seite fällt einem meistens leichter wie die andere. Jetzt machen wir noch eine letzte Übung. Fass deine Oberschenkel. Rollst dich mal langsam in die Rückenlage. Sein Schultergürtel entspannen. Den Ball darfst du zurück hier zwischen deinen Knien halten. Handflächen zur Decke. So richtig entspannen oben. Und jetzt schiebst du mal den Ball nochmal so richtig zusammen. Kippst dein Becken. Und rollst deine Wirbelsäule mal langsam nach oben auf. Nochmal langsam wieder tief. Wirbel für Wirbel. Versuch wirklich jeden einzelnen Wirbel zu spüren. Nach oben. Und noch einmal nach unten. Und beim nächsten Mal halt hier oben. Und jetzt drück nochmal. Der Ball hält 150 Kilo aus. Also du kannst da ruhig mal fest drücken. Richtig fest schieben. So trainieren wir die Innenseiten. Ganz wichtige Muskeln. Für schöne gerade Beine. Und natürlich auch für unsere Haltung. Becken so weit oben, dass du maximal bei deinen Schulterblattspitzen bist mit deinem Gewicht. Nur nicht höher. So und jetzt müsstest du merken, es wird schwerer. Richtig fest schieben. Und jetzt drück nochmal, was er hergibt. So richtig fest schieben, 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 schieben. Halten, halten, halten. Und langsam wieder abrollen. Den Ball einfach mal rausfallen lassen. Mit deinen Füßen abstoppen. Auslockern. Innenseiten. Gut. Lass die Fersen tiefer wie deine Fußspitzen. Und jetzt schiebst du dein Steißbein ein bisschen Richtung Ferse. Das ist wirklich die letzte Übung. Und hebst dein Becken mal langsam nach oben. Eine Balanceübung noch. Und dann darfst du noch einmal kurz tief rollen. Und noch einmal nach oben. Und hier versuchst du jetzt zu bleiben. Halte. Und dann drückst du rechts und links mal ganz schnell nach unten. Rechts, links. Kleine, schnelle Druckbewegung. Spür Rückseite, Oberschenkel, Gesäßmuskulatur. Balance. Vielleicht traust du dich auch, deine Arme zu lösen. Viel Glück. Noch vier. Drei. Zwei. Da ist auch wieder deine Körpermitte dabei. Halte hier. Und Arme absetzen. Langsam tief rollen. Und jetzt darfst du wirklich deine Beine auf den Ball drauflegen. Und mal entspannen. Lass ihn so ein bisschen nach rechts und links rollen. Und wieder zur Mitte. Stell einfach mal deinen linken Fuß auf den Ball. Schiebe ihn weg. Kreuze rechts. Und zieh dein linkes Bein wieder ran. Du kannst auch ganz leicht oder sanft zu dir herwippen. Ganz kleine, leichte Bewegung. Spür die Dehnung im Gesäß. Und dann wechselst du die Seite. Anderen Fuß. Kreuzen. Und nochmal ranziehen. Und wenn du möchtest, ganz sanfte, kleine Bewegungen zu dir heran ausführen. Und langsam nochmal lösen. Einmal den Ball in deine Kniekehlen klemmen. Ziehen zu dir ran. Mach dich mal ganz klein. Wieder lösen. Einfach mal herziehen und entspannen. Und gerne auch deinen Kopf so mal mitnehmen. Und dann darfst du zum Rollen anfangen. Und noch einmal. Komm zum Sitzen nach oben. Bleib nochmal sitzen. Ganz aufrecht. Im Schneidersitz oder wie du möchtest. Du kannst dich auch ganz gut auf den Ball setzen, wenn du willst. Löse nochmal die Schultern. Abne nochmal ein. Mach dich ganz lang. Abne aus. Und jetzt nimmst du mit deiner linken Hand hinter deinem Körper deine rechte. Und ziehst du so ein bisschen nach unten deinen Kopf auf die linke Seite. Spür deine Nackenmuskulatur. Und dann lässt du den Kopf mal langsam über vorne auf die andere Seite kreisen. Und jetzt ziehst du mit deiner rechten Hand deine linke Hand nach unten. Und dann lässt du nochmal langsam über vorne deinen Kopf hängen. Spür jetzt auch nochmal deinen oberen Rücken. Atme ein. Ohr dich auf. Schultern locker. Und noch einmal einatmen. Und dann darfst du dich ganz lang machen. Streck dich nochmal. Und räkel dich. Und jetzt dehne noch mal deinen Bauch und deinen Rücken. Mach dich ganz lang. Atme ein. Zieh dich lang. Und atme aus. Und lass deine Arme wieder sinken. Ich freue mich schon wieder auf unser nächstes gemeinsames Workout. Bis dann.